Und ja, ich freue mich auf eine schöne Lichterprozession, auf gemeinsames Singen und ich denke, wir haben sogar einen Sarg dabei, aber das weiß ich jetzt gerade nicht. So, ihr seht schon, unsere Sargträger positionieren sich jetzt hier schon auf der Seite. Wir werden mit diesem Grab symbolisch unsere Freiheit und unsere Grundrechte zu Grabe tragen, beziehungsweise eigentlich würden wir viel lieber diesen Staat zu Grabe tragen. Genau, wir freuen uns drauf. So, ihr könnt es fragen, genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.